Prozent so ist guten Abend hallo Zieler 19 2 1 1 10 Kalt 6 2 5 6 12 ob ich schon erwähnt dass ich angegriffen werde äh nein eigentlich nicht mehrmals na dann ich werde angegriffen ja echt du hast ja extra an deinen Unterschlupf hinten gebaut Prozent wird ja auch von Rot attackiert wir haben sie den jetzt geschickt haben jetzt ein Bauer geschickt m er soll jetzt aber so die Mucken sind auch schon am Start das ist gut haben die ja nicht die Rohr so der baut hier das der baut hier das Universität wenn wir mal das hier erweitern joh joh wenn wir mal das hier erweitern ich würde mal sagen joh oh mittel ist ein bisschen schwer ja vor allem wenn man keine Kanonentürme hat und man auf Kanonentürme eigentlich gebaut hat ja du bist gut ist das a little problem muss ich durchaus sagen ja sag das äh little problem ja 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 schaut mal vor meine Tür ääähm alles läuft 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 bei dir ja klar läuft läuft bei dir ja was soll ich jetzt an hab grad ein Bauteam rausgeschickt äh versuch mal so viel wie möglich Sachen zu erschaffen und was soll ich denn erschaffen äh ne ich meine wir alle dass wir ein bisschen ertreiben können ja also ein Dorfzentrum ist jetzt auch in der Realzeit komm aus Österreich das andere baut Dorffirmen aus kleine Kriegsmiliter hab ich auch schon wie gesagt halt eine kleine hast du einen Freund ja ich hab einen Freund der ist hier mit am Start was ja ja was 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 ja was 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 ok aber nur ein bisschen dann braucht er ihnen zu helfen ja vielleicht unter Umständen doch zumindest schau mal meine Frau an das ist der neue befestigte Wahl bei den Chinesen zumindest vielleicht ja ich äh würdet ihr euch mal auf den Krieg vorbereiten ja ich bereite mich schon vor indem ich 10.000 Beritern im Bogenschütze mal wenn ich dann zu euch komme und um neben Unterschlupf Asyl und so weiter battle äh es gibt kein Asyl das ist schon mal klar du Rassist bei uns kein Asyl von mir kommt hier keiner rein hier geht es nur weg hier darf keiner rein kommst du nicht rein ich mal irgendeinen so Reiter du gehst dahin nächster Reiter so ähm erstell schneller Mauer brauchen wir nämlich irgendwie ein bissl bei Realzeit sind wir auch gut ich bin schneller bearbeitet aber das bringt mir jetzt auch nicht so Chemie wird entwickelt äh hab ich schon längst Wunder Alina bringt's dir was? ne ich hab kein Holz mehr ich sag mal nix zu tun wie Holz ausgeht es ja sie sind gleich erinnern yeah yeah freust dich ja eigentlich schon er freut sich wie ein kleines Kind aber du bist doch jetzt tot warum weil sie drin sind noch nicht sie haben gesagt gleich bei uns zu hören ja wei wei so das heißt soll ich ein bisschen was zu dir spicken äh ich glaub das bringt nix nicht? Leber schau dass du dann an Verteidigung brauchst nicht zu ok Maskel hat aufgegeben warum das? ist mit denen verkehrt keine Ahnung sie hat zwar einmal durchgeritten aber eigentlich vielleicht wurden sie vom Blau angegriffen weil ich mein die Bots sind ja auch alle Gegner ja stimmt so viel haben wir ja von Geld jetzt auch nicht auf dem Schirm ja die einzigen die zusammenarbeiten ist mit dem Schirm das ist eigentlich voll gemein was eigentlich voll gemein ist Untertitelung des ZDF, 2020